Stanislaw Stasic war ein polnischer Schriftsteller, Publizist, Politiker und Priester. Außerdem war er einer der wichtigsten Vertreter der polnischen Aufklärung, Leben und Leistungen. Stasic entstammte einer bürgerlichen Familie. Er besuchte Schulen in Posen und wurde später Priester. In den Jahren 1779 bis 1781 studierte er in Frankreich und in Deutschland. Später war er Erzieher der Söhne des polnischen Kanzlers und Magnaten Amšej Zamoysi. Der Aufklärer sprach sich stets für grundlegende Reformen in Polen-Litauen aus. Im Jahr 1808 wurde Stasic Vorsitzender des Warschauer Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften einer Organisation. Die in Polen die Wissenschaften förderte, er finanzierte den Bau des Stasic-Palastes. Im Kongress Polen war er Mitglied der Radar Stanu, des damaligen Ministerrates. Im Jahr 1816 initiierte er die Gründung der Königlichen Warschauer Universität aus, der später die Universität Warschau hervorging. Im selben Jahr brachte er die Gründung der SZ-Kohler Akademie Czno-Gornica in Kielce voran, die als die erste technische Hochschule Polens gilt. In den Jahren 1816 bis 1824 war Stasic Direktor des Weizelprämis Louis Kunz Tokolestwa Kongressowego einer Behörde, die sich mit der Förderung der Industrie in Kongress Polen beschäftigte. In dieser Funktion gab er den Anstoß für die Gründung einer Kohlenzeche in Dabrowa Gornica sowie einiger Hüttenwerke. Stasic gründete im Jahr 1816 in Rubias Zoo Towarzystwo Rolnitscher-Rubisowski, die als die erste landwirtschaftliche Genossenschaft Europas gilt. Sie war bis zum Jahr 1945 tätig. In Rubias Zoo wurde Stanislav Stasic ein Museum gewidmet. Stasic wurde für seine Verdienste mit dem Orden vom Weißen Adler ausgezeichnet. Veröffentlichungen 420 Rotlutski 420 Rotlutski